Willkommen im Firmenhauptsitz von TWIN BUSCH GERMANY in Bensheim. Wir wollen Ihnen nun zeigen, wie der Versand nach dem Kauf Ihrer Reifenwuchtmaschine TW F00 bei TWIN BUSCH GERMANY abläuft, und was dabei zu beachten ist. Sobald nach einer Bestellung Ihre Zahlung bei uns eingegangen ist, geht die Ware umgehend in den Versand. Vorausgesetzt natürlich, dass kein anderer Liefertermin vereinbart wurde. Die Versandzeit beträgt in der Regel 3 bis 5 Werktage. Eine Zustellung an Samstagen ist leider nicht möglich. Ihre Reifenwuchtmaschine TW F00 wird in einem einzelnen Paket angeliefert. Das Paket hat eine Breite von 97 cm, eine Höhe von 118 cm und eine Tiefe von 76 cm. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 110 kg. Die von Ihnen bestellte Ware wird von einem unserer Zentrallager an die örtliche Spedition übergeben. Die Spedition meldet sich dann bei Ihnen um den genauen Anlieferungstermin zu vereinbaren. Bei Angabe einer Handynummer bekommen Sie eine SMS mit Terminvorschlägen. Bitte wählen Sie hier den passenden Termin aus. Bei Angabe einer Festnetznummer erfolgt der Terminvorschlag telefonisch. Bitte stellen Sie dazu sicher, tagsüber telefonisch erreichbar zu sein. Die Anlieferung erfolgt durch Fremdfirmen mit Hilfe von 7,5 bis 12 Tonnen LKWs mit Ladebordwand, wodurch der Fahrer in der Lage ist die Ware vom LKW abzuladen. Wir zeigen Ihnen nun exemplarisch den Abladeprozess Ihrer TW F-00. Alternativ zur Anlieferung durch eine Spedition können Sie die Waren aber auch gerne bei uns direkt in einer unserer Filialen abholen, und sich so die Versandkosten sparen. Bedenken Sie dabei jedoch die Abmessungen und das Gewicht der Ware, und bringen Sie passendes Gerät für Transport und Sicherung mit. Zusätzlich bieten wir Ihnen aber auch auf Wunsch einen deutschlandweiten Komplettservice mit Montage an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017